Liebe Bär-Freunde, ich berichte euch heute von unserem sensationellen Fotoshooting. Hauptdarsteller waren natürlich die Schuhe von Bär, aber ich hatte auch noch ein Co-Model und die stellt sich am besten selber vor. Hallihallo, ja, ich bin Sandra aus Berlin, Online-Redakteurin und Reisebloggerin und tatsächlich seit kurzem auch Wanderin. Das heißt, früher bin ich auch schon immer gewandert, aber dann hatte ich ewig lang keinen Bock und jetzt im Alter. Aber wie kam denn der Bock aufs Wanderin? Ich bin eigentlich Läuferin und habe mir ein bisschen die Schienbeine kaputt gemacht und deswegen habe ich mit dem etwas sanfteren Wandern angefangen. Sehr schlau. Jetzt hat man heute ein sehr bewegtes Shooting, sehr schnell angefangen. Jetzt regnet es mittlerweile. Dein Zwischenfazit? Also die Truppe ist super, muss ich sagen. Angefangen von der lieben Andrea, die mir alles zurecht schuppelt und mir die Schuhe richtig bindet. Apropos die Schuhe, ja, darum geht es ja. Die Schuhe hier, ne? Ja, ja, aber ich meine, jetzt zeig mal die Sohle. Ja, und die sind so schön mellig warm. Also wir wollen ja keine Werbung machen für Bärschuhe, ne? Nein, um Gottes Willen, aber ich werde die natürlich nicht mehr ausziehen, ne? Also ich lasse die an. Ne, also alles klasse, die Jungs, Videografer, Fotografen und natürlich mein Mitmodel, der Manuel, der reißt das natürlich auch noch raus. Ne, also schöne Sache und auch sehr, sehr schön hier in der Pfalz. Ich komme wieder. Da hat Sandra recht. Wunderschön war es in der Pfalz und tolle Aussichten. Wir waren uns kurz nicht einig, wo geht es lang? Da nach oben oder? Ne, dahin. Ja, immer bergauf, ist doch klar. Ja, immer bergauf, ist doch klar. Ja, immer bergauf, ist doch klar. Ja, immer bergauf, ist doch klar.